Wir haben kaum zu essen. Was für ein Spätakel! Es darf nicht behauptet werden, dass das erhabene Konstantin hier nur zuschaute und seine stolzen Bürger in der Not alleine ließ. Wir müssen die Assassinische Bedrohung finden. Ich meine, dass ich Wunder das sehen könnte. Ich weine, wenn ich sehe, wie unsere schöne Stadt von den Assassinen niedergemacht wird. Ich bebe vor Wut ob des Wissens, dass sie frei sind. Schmerzen wir diese Pest gemeinsam mit den Byzantinern aus. Sie müssen bezahlen. Wie immer diese... Hören eure Geschäfte, Florian. Sie zerheißen den flieglichen Kämpfe zum Herd. Sie sind vorbeiget und hinterlassen vom Südtal auf ihrem Paar. Lassen wir die Pashas und Geschichten beheben. Pasha-Verfassung von Recht und Gerüchten von Recht der Rache einlöden. Diese Verrückte... Ich habe Pashas und Prinzen gewinnt. Nur die anspruchsvollsten beheben. Der Verrückte... Der Verrückte... Ich führe auch nützliche Accessoires, Sachen, von denen ihr keine Ahnung habt. Vielleicht ein anderes Mann. Ich bin 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 ein anderes Mann. Die frischesten, kräftigsten Ringeltäumer warten wir da. Die frischesten, kräftigsten Ringeltäumer warten. Die frischesten, kräftigsten Ringeltäumer warten. Die frischesten, kräftigsten Ringeltäumer warten. Bitte, versucht in Zukunft spitze Gegenstände zu vermeiden. Ja. Die frischesten, kräftigsten Ringeltäumer warten. 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 Herr von den Wachen. Herr von den Wachen, Herr von den Wachen. Herr von den Wachen, Herr von den Wachen. 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 Herr von den Wachen.